An diesen sieben Zeichen, erkennst du ein mögliches Problem deiner Lebe. 1. Besenreiser Besenreiser, bei Menschen mit Leberzirrhose kommen diese häufig vor. Besenreiser sind ein Anzeichen von überschüssigem Östrogen. Die Leber balanciert deinen Östrogengehalt aus, ist die Leber in ihrer Funktion gestört, wie im Falle der Fettleber, kann der Überschuss nicht mehr ausgeglichen werden. 2. Spröde Fersen und eingerissene Hornhaut Die Ursache liegt hier im Vitamin B3-Mangel, auch genannt Neißen und im Mangel an Omega-3-Fettsäuren. Warum? Eine der Hauptfunktionen der gesunden Leber ist die Bildung von Galle. Dein Körper braucht Galle, um fettlösliche Vitamine wie, Vitamin A, E, K und D, sowie B-Vitamine absorbieren zu können. Vitamin A und E sind bekanntlich wichtig für eine schöne gesunde Haut. Vitamin B3-Alseneissen, welches in Seidellen, Tonfisch, Lachs, Erdnüssen und Pilzen enthalten ist, sorgt ebenfalls für eine schöne und gesunde Haut. 3. Rotbraune Punkte im hinteren unteren Wadenbereich hin zum Fußgelenk. Ursache hier, eine zu schwache Durchblutung und gegebenenfalls eine Diabetes. Das bringt das Blut zu deinen Füßen und zurück über das Venensystem. Eine Blockade oder Probleme im Leber- oder Herzbereich, führt demnach zu Problemen im Venensystem und zu Durchblutungsstörungen. 4. Juckende Fußsohlen Ursache ist hier ein Rückfluss von Galle, durch eine Blockade in der Lebergallenverbindung. Aufgrund einer verstopften Leber, stagnieren Flüssigkeiten und Doxine und fließen zurück. Dadurch kommt es außerdem zu einer erhöhten Bildung von Histamin im Körper. Histaminin ist ein Botenstoff, welcher bei Entzündungsprozessen im Körper eine große Rolle spielt, es zählt außerdem zu den Gewebehormonen. 5. Schmerzende Fußsohlen Einige Menschen klagen hier über Plantarfaszitis. Die Ursache ist hier ein Leberproblem und selten eine sportliche Überbelastung. Auch heiße Füße, deuten auf ein bestehendes Leberproblem hin. 6. Stenkende Füße Hier ist deine Leber, aufgrund von einer Stagnation, nicht in der Lage, die angesammelten Giftstoffe loszuwerden. 7. Fußpilz Hier ist nicht nur die entgiftende Funktion der Leber gestört, sondern auch die Darmflora. Dies führt zu enormen Wachstum von Pilzen unter anderem Hefepilzen, welche sich im Außen zeigen. Schau einmal auf dein Nagelbett. Antifuspilzsalben und Tinkturen, beseitigen nicht die Ursache des Problems. Wie du gezielt deine Darmflora stärken kannst, erfährst du in den folgenden Episoden. Zitat des Tages, achte auf die Zeichen deines Körpers, sie zeigen dir den Weg der Heilung. Zitat des Tages, folgt Gericht Füße Zitat des Tages, мечte hyaspersatz Zitat des Tages Zitat des Tages, folgt Hüstal Zitat des Tages Zitat des Tages